Jonas und Emma erleben die Sonne, Abenteuer mit Sonnenbrand und Hitzschlag. Die Sonne strahlt vom Himmel, als Jonas und Emma in den Park rennen. Fröhlich spielen sie mit ihren Freunden, fangen fangen und klettern auf Bäume. Doch die Sonne brennt heute besonders stark und die Hitze lässt den Asphalt grühen. Puh, ist das heiß, keucht Jonas und wischt sich den Schweiß von der Stirn. Mama, Papa, die Sonne kitzelt, ruft Emma und kratzt sich am Arm. Das ist kein Kitzeln, Emma, erklärt Jonas, Mama geduldig. Das sind die Sonnenstrahlen und die können deiner Haut schaden, wenn wir nicht aufpassen. Sie holt aus ihrer Tasche eine Tube Sonnencreme hervor. Dieser weiße Zaubertrank, lacht sie, hält die bösen Sonnenstrahlen fern und schützt unsere Haut. Sorgfältig cremt Jonas, Mama, die beiden Kinder ein. So, sagt sie, jetzt können wir weiterspielen, aber vergesst nicht, im Schatten zu bleiben, wenn es zu heiß wird, und trinkt viel Wasser. Nachmittags geht es mit Papa an den See. Klitsch, klatsch. Jonas und Emma springen ins kühle Nass. Sie schwimmen, planschen und bauen Sandbogen. Doch die Sonne brennt unbarmherzig vom Himmel. Der Sand glüht heiß unter ihren Füßen, und der Schweiß rinnt ihnen entströmen die Stirn hinunter. Papa, mir wird so heiß, stöhnt Jonas. Trinken wir etwas, schlägt Emma vor. Sie holen kalte Limonade aus der Kühltasche. Doch als sie weiterbauen, wird ihnen immer schwindeliger. Irgendwas stimmt nicht, murmelt Jonas. Tatsächlich haben die beiden einen Hitzschwirk. Jonas, Papa reagiert schnell. Er holt sie aus der Sonne, legt sie in den Schatten und kühlt ihre Köpfe mit feuchten Tüchern. Wir müssen zum Arzt, ruft er besorgt. Im Krankenhaus werden Jonas und Emma untersucht. Sie bekommen kaltes Getränk und Infusionen. Ihr habt zu viel Sonne abbekommen, erklärt der Arzt. Zum Glück habt ihr schnell reagiert und seid in den Schatten gegangen. Nach ein paar Stunden geht es Jonas und Emma schon besser. Sie haben gelernt, dass man die Sonne niemals unterschätzen darf. Sonnenschutz, viel trinken und regelmäßige Schattenpausen sind an heißen Tagen besonders wichtig. Wieder zu Hause genießen Jonas und Emma den Rest des Sommers. Sie spielen im Schatten, tragen immer Sonnencreme und trinken viel Wasser. So bleibt die Sonne ihr Freund und der Spaß im Sommer sicher. Zusatzwissen für schlaue Köpfe Babys und Kleinkinder brauchen besonders viel Sonnenschutz, da ihre Haut empfindlicher ist. Verwende Sonnencreme mit hohem Lichtschutzfaktor, mindestens 30, für OVA und OVB-Strahlen. Sonnenschutz geht auch mit Kleidung, ein Hut, ein T-Shirt und lange Hosen helfen an heißen Tagen. Achte auf Warnzeichen. Kopfschmerzen, Übelkeit, Schwindel, rote Haut und Hitzegefühl können auf einen Sonnenbrand oder Hitzschirk hindeuten. Im Zweifelsfall immer zum Arzt gehen. Sonne kann Spaß machen, aber sei immer vorsichtig. Mit Sonnenschutz, viel Trinken und cleverem Verhalten genießt du den Sommer sicher und gesund. Ende Du findest diese Geschichte interessant, dann freuen wir uns über deinen Daumen hoch, Klick oder ein Teilen des Videos. Abonniere den Geschichtenboot.